so servus leute heute mal im test die fundershock von mad dog fireworks ja gehört auch zu kafferata feuerwerk und was haben die nm 21 gramm auf sechs stück bin ich mal gespannt weil das letzte mal wo man die kleinen da sind wir haben die waren schon so total laut ups der hat den stöpsel verloren würde ich mal sagen zünden drei stück und schauen was die so kennen ich bin jetzt echt schon gespannt also die kleinen waren so brachial das hätte man niemals erwartet ich hoffe dass die mindestens gleich laut sein bist du tepper die sind gut ja klare kaufe empfehlung ich mache mich dann mal wieder vom staub bis zum nächsten mal und servus